In den kommenden Minuten gibt es wieder ein paar Tipps, wie du deine Autoversicherung von der Steuer absetzen und damit bares Geld sparen kannst. Das ist inzwischen der zweite von insgesamt drei Teilen. Die Haftpflichtversicherung als sonstige Vorsorgeaufwendung in der Steuererklärung absetzen. In der Steuererklärung wird die Prämie für die Haftpflichtversicherung und der Insassenunfallversicherung oder sonstige Aufwendung in den Sonderabgaben eingetragen. Diese sind in der Einkommenssteuererklärung in den Zeilen 41 bis 48 zu finden. Zu beachten ist dabei, dass diese Aufwendungen nur dann als Sonderaufgaben anerkannt werden, sofern sie nicht unter den Betriebs- oder Werbekosten auftauchen. Das ist logisch, da auf diese Art und Weise doppelte Ausgaben verhindert werden. In der Berechnung werden nur die tatsächlich aufgewandten Beträge eingetragen. Kommt es zu einer Beitragsrückerstattung, wird diese vom tatsächlichen Betrag subtrahiert. Zu beachten ist, dass Arbeitnehmer nur 1.900 Euro insgesamt als Vorsorgeaufwendung absetzen können. Bei Selbstständigen liegt die Obergrenze bei 2.800 Euro. Allerdings tragen dafür die Selbstständigen jedoch die Kosten für ihre Krankenversicherung komplett selbst. Zu den sonstigen Vorsorgeaufwendungen zählen weiterhin die Kranken, die Pflege, die Unfall-, die Haftpflicht, Lebens-, Risiko-, Arbeitslosen- und Berufsunfähigkeitsversicherung. Die Beiträge zur Haftpflichtversicherung des eigenen Firmenwagens oder auch des dienstlich genutzten PKW werden nicht unter den sonstigen Vorsorgeaufwendungen in der Einkommenssteuererklärung eingetragen, da diese bereits bei den Betriebskosten verbucht werden. Für den Fall, dass das Limit bei den sonstigen Vorsorgeaufwendungen bereits ausgeschöpft ist, besteht unter Umständen die Möglichkeit, die Versicherung für einen dienstlich genutzten PKW auch als Werbekosten zu deklarieren. Beiträge der Insassenunfallversicherung werden nicht im vollen Umfang anerkannt, sondern nur die anteilig genutzten Betriebsfahrten. Das war bereits der zweite Teil unserer kleinen Ratgeberserie. Im kommenden Part sprechen wir dann über die Kfz-Versicherungspolisen als Teil des steuerlich veranlagten Fahrzeuggebrauchs. Wenn du auch bei deiner jährlichen Kfz-Versicherung bis zu mehreren 100 Euro sparen möchtest, dann ermittle deine persönliche Ersparnis mithilfe unseres Tarifrechners. Den Link dazu findest du in der Beschreibung unterhalb des Videos. Und wenn dir dieser Hinweis gefallen hat und du auch in Zukunft keine Tipps mehr verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal.